Ja, ich weiß. Oh, stirb. Oh, da ist ein Bogen auf einer Druckplatte. Hm? Da ist ein Bogen auf einer Druckplatte. Ein Bogen auf einer Druckplatte. Das ist ganz einfach eine Statue. Mehr ist das nicht. Eine Falle. Nein, eine Statue. Ich geh einfach mal drauf. Echt? Du gehst einfach mal drauf, also wie immer. Wieso liegen die überall Leuchstäbe? Oh. Scheiße. Was machst du denn da? Euer Alexander wurde geköpft. Ich? Ich wollte mal gucken, was ich mit dem Bogen auf dem Ding machen kann. Aber ich wurde gekillt. Von einem Skelett. Von zwei Skeletten und einer Fehlermaus. Das ist eine ganz einfache Statue. Mehr ist das nicht. Oh, oh. Ralf ist eingetroffen. Ein neuer NPC. Ein neuer NPC. Oh, cool. Was für einer? Ich schätze mal, es ist der Messenary. Nicht der Messenary. Den hast du noch gar nicht. Der... Wie heißt das? Der Gun-Typ. Denk ich mal. Durch meine Waffen, denk ich mal. Weil ich erkunde ja hier gerade im Dschungel und so. Und da finde ich ja schon ein paar ganz netze Sachen. Cool. Du meinst doch sicher diesen Waffenhändler da, oder? Ja, genau. Den meinte ich. Der Typ, der aussieht wie... Wie ein halber Zombie, der so ganz schwarz angezogen ist. Also mir fällt gerade nach dem Sagen runter. Das habe ich noch nicht gesehen. Wow. In der Statue. Juhu, ich... Ich gehe mal einkaufen. Das hier? Ich bin tot. Was hat da ein schönes... Ich bin tot. Ich glaube das nicht. Ich muss da sofort wieder hin. Er hat ein Bergmanns... Ähm... Sparschwein... Fuck, was? Ach. Oh, meine Todesnachricht kommt früh bei mir. Ja. Ich wurde geköpft von der Fledermanns. Äh, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Nicht schlimm, kommst du da rein. Ah, bei mir... Ah, jetzt ist bei mir der Typ, der ist eingetroffen. Es ist etwas im Verzug. Nur ein bisschen. Das sind die schlimm. Okay, ich bin mal ganz kurz AFK, wenn das Spiel wieder neu startet. Bis gleich. Bis gleich. Ich gehe mal schnell aufs Klo. Ja. Harkwischen nicht vergessen. Noch ist es jugendfrei, das stimmt. So, dann machen wir hier lang. Dann machen wir hier lang. Ich habe auch mal die Mausfarbe, also die Zeigerfarbe ein bisschen verändert. Wen das interessiert. Ich muss mich so beeilen. Da unten lag ein Haken. Und eine Statue. Und eine Statue. Aber die Statue bleibt ja. Mann. Hier rein. Hier runter. Ich auch. Hier. Nee, war falsch. Nein. Wir müssen hier lang. Ja, wir müssen. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier runter. Springen wir hier mal lang. Und dann gehen wir hier lang. Ist ja dasselbe. Ah, hier. Muss ich so beeilen, ey. Renne, 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 renne. Wer soll ich dann machen? Wie sah mich das Scheißteil ein? Mann. Verdammt, das ist Scheißdreck. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Aber ich bin gerade ein klein wenig ausgerattet. Die klappt doch mal. Die klappt doch mal. Wichtig. Tür raus. Brauche ich nicht. Alexander, bist du nur da? Alex? Ich bin noch da. Dann habe ich dich gerade verstreckt bei meinem kleinen Ausraster. Ach, nee. Das habe ich manchmal mal. Ach, du Scheiß. Was geht denn hier unten ab? Ah, ja, da liegt wirklich einen Haken. Ja, nimm den mit, hol den. Mach den Inventar, ja, hol den. Los. Schnell, der verschwindet sonst. Und die Statue, die brauchen wir auch mit einer Hammer abbauen. Haben. Haben. Dann zwei Billette haben. Au, 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 au. Ich habe Mauer. Mit einem hast du auch die Statue. Was? Hast du auch die Statue? Nein, es hat jetzt nicht gereicht. Oder vielleicht? Doch, die haben es auch. Ja, ich gucke noch mal runter. Leg das mal bitte in eine Kiste. Wenn keine ist, dann machen wir eine. Bruder, mach Platz in der Kiste. Okay. Ah, Sternschnuppe. Komm her. Wenn es gerade so lecken würde, hättest du schon längst. Das ist ein Wurm. Ich springe darauf rum und nichts passiert. Ja, mal sehen. Sternschnuppe. Drei Häschen. Heilige. Die Häschen wollen deine Holztruhe klauen. Halte sie auf. Drei Stück, das ist ja die Rats-Epidemie. Vier. Stopp, Kartoffel. Steve, du hast gerade einen Ausraster von mir verpasst. Das ist aber richtig. Warum? Naja, ich sag's mal so. Ich wollte einen Haken haben und eine Statue, aber zwei Skelette haben mir gemeint, ja, die müssen mich da nicht noch nicht umbringen. Zweimal. Und? Und? War nicht so toll. Sind in der Kiste. Ich mach gerade Hasenbrat mit Feuerpfeilen. Es war voll die Verschleunung für Feuerpfeile, aber egal. Die Hasenbrat mit mir wurde bekämpft. Ja, wir bringen die einfach mal um. Hatten wir nicht verlieben. Haben ja nicht viel. Wir killen euch, keine Sorge. Wenn nicht, dann killt ihr mich. Weißt du eigentlich, dass wenn der, wenn irgendwas, ich weiß, glaube, wenn Blood Moon ist, da werden die Hasen voll aggro. Echt? Also übel. Ja, die waren da lila. Ja, die waren da lila. Ja, die haben da 75 HP. Die haben mir mal ein Highshake gekillt, weil ich von Phasenbefallen bin. Ich will den Gervstein haben. Weiß ich nicht. Ach, da von plastischer Ehre ist voll. Weil ich noch einsterb. Ich habe kein Leben mehr. Doch, ein schwerer Highshake. Heid! Aus! Ah, ich habe... Wiederbelebungstrank brauche ich nicht. Ich treffe das Dämmen. Ah, nicht. Ach, doch. Schwacher Highshake. Ja, wie benutzt ihr? In deinem Hortoizino links. H. H. Haken. Geht es? Ach so, jetzt ging es, ja. Ja, es ist das Kürze für, ähm... Nein! H ist das Kürze für einen Highshake, E ist das Kürze für einen Enterhaken und da gab es dann hauptenweise andere Kürzel. Ich komme jetzt mal nach Hause. Ne, so machen wir es nicht. Erst wenn ich das nächste Mal sterbe. Geld habe ich. 67, 13, glaube ich. Miese Schleimfüche. Ich treffe sie nicht. Und jetzt sehe ich nichts. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich bin blind. Aber der GEP wurde brutal seziert. Ich habe keine Fackeln dabei. Na, schlecht. Jetzt habe ich welche. Nicht ganz noch einsammeln. Licht. Ich bin es gewöhnt von meinem anderen Chart, dass ich so einen Minerhelm habe. Da brauche ich keine Fackeln mitzunehmen. Kannst du dir doch kaufen für 8 Gold gerade. Ja, ganz bellt. Aber hier im Pilzbald geht's. Die Pilze leuchten so schön. Habt eine Sternen-Schnuppe. Da habe ich nichts. Da habe ich 3. Und hier bleibe ich hier. 6. Jetzt? Oh Gott, da ist ein Man-Eater. Weg, Mensch, fresse. Was war denn das für ein Trank? Ich kann mitnehmen. Aha, Nachtsicht-Trank. Aua. Hätt so. Äh, die Returning of the... Doom. Lalalala, wieso scrollt das so langsam? Oh, hab überlebt. Ich versuche gerade verzweifelt auf den Server zu join. Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Ich habe es gerade bloß einmal probiert. Das dauert ja ewig, bis ich überhaupt mal wo dieser Server fertig geladen ist. Du hast scheiß Internet. Nein, nein. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Geh weg, Fledermaus. Au. Aufgespiecht von der Fledermaus. Das will ich sehen. Wo ist der Haken? Wo ist da dran? Der Haken? Ich bin der Aua. Zur Working Bench? Alles kompliziert hier. Da brauchst du jetzt mal eine Menge Eisen, sonst klappt das sowieso nicht. Was machst du? Was meinst du? Du brauchst doch hier eine Menge Eisen. Wofür? Für den Enterhaken. Wieso Eisen, drei Eisenketten und einen Haken brauchst du? Ja. Den Haken kriegst du ja, glaube ich, von den Skeletten droppen die? War das nicht so? Den hab ich ja, den hab ich ja, den hab ich ja hier. Achso, dann warte, ich mach dir, warte. Ich glaub, ich hab so viel Eisen. Ich müsste mir auch von Lagerraum machen. Ich glaub, ich weiß auch schon wo. Ein Keller, wie war's damit? Ja, hier unten. Machst du mal schnell da was und dann mach ich mal hier so, ne? Machst du mal da und ich mach mal hier so. Ente, komm her. Ja, warte. Ente, komm her. Ich hab Haken. Oh, gib mir den, gib mir den, äh, warte. Gib mir den Hook. Ich mach dir was. Komm her. Gib her. Na, jetzt samm ich den ganzen Dreck ein. Danke. Was brauchst du noch? Ich hab eine Kette. Eine Eisenketten brauchst du auch, ne? Ich hab's schon. Alles. Was mach ich? Wie mach ich denn die Sterne, Dominik? Zehn Sterne. Oh, ich hab neun. Guck mal, Ente. Pass auf. Ja, die kenn ich. Die sind gut. Dominik hat die auch. Das Schöne ist, jetzt kann ich ja so abbauen. Und so schlagen. Ich bewege mich jetzt sofort. Wir sehen uns. Was machst du? Achso, ja. Ich mach jetzt einfach Spider-Man. Ja, dann mach mal. So, hier kommt jetzt mal Lagerraum hin. Den bauen wir dann auch aus. Da kommt mal das ganze wichtige Zeug rein. Was war für sowas? Ich mach jetzt erstmal was Sinnvolles. Hättest du mir das früher sagen können? Was hat da denn? Ey, scheiß, ich hab mein ganzes Silber weggeschmissen und die ganze Scheiße. Warum das? Weil ich das gewöhnt bin von Minecraft halte ich Umschalt-Taste und drücke dann einfach. Das war ganz schlau. Das hab ich letztes schon vom Eisen gemacht. Du musst sowas lernen, dass es nicht geht. Ich hol das dann aus meinem Singleplayer wieder zurück. Das war, glaube ich... Ich hab neun Sterne weggeworfen. Ja, die sind ja jetzt nicht so schlimm. Die findest ja, wie sind am Meer. Trotzdem macht was, was hat denn hier oben gemacht? Achso, hier baut dein Stockwerk. Ich baue dir weitere Etagen. Ich saug jetzt dafür, dass das Haus effektiv ist. Was ist so? Lass mich mal machen, bitte. Ja, ja. Ich baue dir jetzt dein Haus effektiv. Ja, dann mach mal. Jetzt davon. Ja, ich hab mal grad ein bisschen weitermacht. So. Äh. So. Wir gehen jetzt weiter nach unten und ich wollte jetzt die Sachen einsortieren. Aber erstmal muss man uns das Zeug hier rausholen. Ich dub nicht die Shift-Taste. Das Ding werden wir gleich wo hinsetzen. Das setzen wir... Ja, das setzen wir... Das bekommt sie hier oben. Ja, genau. Hier hast du die Trepperstange, bitte. Ja, später, wenn du elektrische Leitungen hast, kannst du die daran anschließen, die Figuren. Cool. Hier gibt's nämlich auch sowas wie Redstone. Oh, cool. Ich hab's selber gefunden. Sehr gut. Braver, Junge. Scheiße, ich hab das Ding weggebracht. Ich hab das Ding weggeworfen, aber nicht. Ich hab die weggeworfen. Silbererz, 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 ganz viel. Ah, und der Serverlecker hat aufgehört. Sag mal was. Mhm. Nein, nur, geht gar nicht. Ja, das stimmt. So eine Druckplatte für die Türen, das müssen sie machen. Hey, da kommt ein Mann. Ralf. Hallo, Ralf. Der war schon lange da. Der ist schon so lange da hinter. Ja, ist mal egal. Genauso wie bei den Witzen. Sag ich nur. Au. Ente, hast du noch Holz? Was hat mich jetzt grad getroffen? Au. Und da ist eine Falle. Scheiße. Ente. Jetzt aber schon. Ja. Au. Hilfe. Hast du noch Holz? Ja. Gib mal. Nein. Ich salved. Vielen Dank.